Geht zurück, um vor Nicolas zu fliehen. Ich soll zurückgehen, was? Nein! Geht zurück, Kind! Was? Hä? Okay, will sie verarschen, was war das denn? Töte ihn, Hugo! Okay, du bist so nah, dann töte ich dich selbst! Hä? Was ist das denn für einer? Okay, will sie verarschen. Hä? Der weiß auch nicht, was er will. Der Nikolaus. Kann natürlich nicht das andere einsetzen, für den Helm. Geht zurück! Geht zurück! Geht zurück, Kind! Sie bedeutet nichts für dich jetzt! Das ist nicht wahr! Ja! Ach deswegen! Geht zurück! Geht zurück, Hugo! Okay, er hat das immer noch nicht erreicht. Ja, nein! Ich geh zurück! Ich geh zurück! Tschüss! Ich hab Angst! Geht zurück! Geht zurück! Geht zurück! Nein, es ist ungeduldig! Soll es mir geduldig sein, Junge! Soll es mal Daxos spielen! So, ich darf weitergehen, okay! Geht zurück! Geht zurück! Geht zurück! Falsch! Er wird bald nicht mehr! Okay, das muss ich tun. Ja, stirb! Ich muss... Ich muss mit Hugo sprechen. Geht's, ich will ihn aus. Hugo! Hugo! Ich will nur mit dir sprechen. Er kann nicht mehr schmerzen, Hugo. Schau! Geht's, Geht's! Ich will nicht. Du kommst hier. Komm schon! Du lief zu mir! Nein! Nein! Ich... Hugo! Ich habe versucht, dich zu schützen. Ich... Geht's! Geht's zu mir! Geht's! Nein! Du hast es geschafft! Miss... Du hast es geschafft! Nein! 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 Du bist nicht mehr mit mir. Ach Mann! Oh du Penner! Na warte! Darf ich jetzt einsetzen? Na wieso funktioniert das nicht? Na wieso funktioniert das Ding nicht? Ach Mann! Oh dieser Penner! Na warte! Hätte auch mal seinen Job gemacht! Verdammt! Okay! Hat uns verloren! Schön! Okay! Wo sind die Ratten denn? Äh... Und wie machen wir das aus? So! Stimmt! So! Schön aus! Und wie funktioniert das jetzt? So! So! Wie funktioniert das jetzt? Jetzt kommt es! Na los! Du sollst den da fressen! Was für ein Spielzeug! Haha! Hey! Wer hat das jetzt gemacht? Willst du verarschen? Was ist das denn für einer? Was ist denn eine Schiederei? Macht der denn? Okay! Du willst das spielen? Let's spielen! Okay! Let's spielen! Schön! Ja! Let's spielen! Let's spielen! Ja! Wie auch immer er das gemacht hat! Na! Da entschieden alle rum! Sind halt typisch Inquisitor und so! Allesamt! Ich bin nirgends! Und ich glaube wir müssen das auch ausmachen! Nö! Nö! Ich bin nicht da! Okay! Wtf! Hat seinen Arm angezündet! Ist ja interessant! Mach mal das da aus! Ah! Ich muss das Ding noch ausmachen! So! Und jetzt bist du dran! Ha! Nimm das! Das kannst du nicht mehr tun! Okay! Schon zur Zeit einmal! Wenn sie doch verarschen! Wie macht der Penel das? Äh! Schon zur Zeit einmal setzt er sich in Flammen! Wie genau! Wie genau! Hä! Wenn sie verarschen! Ah! Verdammt! Geht in diese Richtung! Das ist ja blöd! Richtig blöd! Richtig blöd! Nö! Ich bin nicht da! Nö! Nö! Okay! Tolle Chitten alle rum! Ist echt blöd! Ähm! Da hinten! So! Dann kommt das dann noch! Schnell! Renn da hin! Und du stirb endlich! Keine Schitterei mehr! So! So! Dann kommt das dann noch! Schnell! Renn da hin! Was? Jetzt kannst du zur Hölle gehen! Jetzt kannst du zur Hölle gehen! Lass uns kein weiter gehen! Da wo du schon immer hin wolltest! Ja! Arthur! Nein! Arthur! Ich werde ihn töten! Ich zeige sie! Melly, ich... Stop sie! Bitte! Ich töte sie alle! Ich werde ihre verdammelnden fett! Melly! Du werf es nie zu machen! Was machst du? Du wirst da stehen! Warte! Jakob, schau! Du wirst nicht wissen, was du sagst. Ich weiß, dass wir getötet werden. Einmal bei einem. Sie haben meinen Bruder, dein Vater, deinem. Es gibt nichts mehr. Nichts! Sie ist richtig. Hermesia, das ist verrückt. 5 von uns, gegen... gegen ein Arm. Ich glaube, es gibt viel mehr von uns jetzt. Has... Has he passed the threshold? Yes, I believe so. Hugo, what do you want to do? I want to save mommy. That changes a lot of things. Even if he kills us, what have we got to lose? Us? Nothing. But Vitalis. Now we can stop him. So let's go. To the death. To the death. To the death. To the death. Na, to the death. Na, endlich. Okay, es geht los. Schön. Hm, was steht da? Krönung. Okay, endlich geht's los. Darf aber gewartet. Na, schade um Arthur. Hab hätte ja mal seinen Job gemacht, einen Job blöd zu gaffen. Da wäre er jetzt noch am Leben. Hm. Na, schade um ihn. Okay, aber es ist auch interessant, dass der Nikolaus ganz alleine mit Hugo hier hingeht. Gerade hier. Schon wieder seltsam. Hm. Ohne Männer im Hintergrund oder so. Einfach ganz alleine. Nö. Schon was er davon erhoffte, auch keine Ahnung. Vielleicht, ja gut einen Monat. Und er hat das nie überschritten. Da hat er wohl die Kultur Geduld verloren. Okay, es kann losgehen. Schön. Es ist groß. Wie werden wir eine Mutter finden? Wir holen sie weg, Hugo. Genau, das ist genug, um sich herum. Hey, warte! Ich will auch loslegen. Sie wird alles gut sein. Aber können wir nicht ihr helfen? Das ist das, was wir hier sind. Um sie zu helfen zu bekommen. Und um sie zu leben. Wir haben die Kinder und die Rats. Wir sind invincible. Roderick, er ist fünf Jahre alt. Ja, unbesiegbar würde ich nicht sagen, aber... Wir haben eine gute Chance. Außer der Vitalis kann das auch. Dann hätte er gesagt, wir sind miteinander verbunden. Was ist das Problem? Meli, calm down. Die fucking Rats blockierten in der safesten Entrance. Sie mussten es nicht tun, Meli. Sie... Wir haben keine Wahl. Wir müssen die große Tür versuchen. Aber warte! Meli, warte! Ist sie mit mir wütend? Nein. Sie ist nur... ...angry, voll stopp. Aber... Gib ihr ein wenig Zeit, Hugo. Ja... Ist halt so... Und was ist das hier? Kontrolliert die Ratten! Hm... Kann ich gerade nicht tun. Okay, so kann der es irgendwie machen. Alles klar. Ey, was wollte ich gerade sagen? Ich habe sie vergessen. Na egal. Ach stimmt, der Vitalis kann das ja jetzt auch. Die Ratten kontrollieren. Dann hat er gesagt, sie sind jetzt miteinander verbunden. Und was der eine erreicht, kann auch der andere erreichen. Sofort. Und das merkt er. Das heißt, er kann das jetzt auch tun. Die Ratten befehligen. Was wird ein interessanter Kampf gegen ihn. So. Hm. Hm. Ja, von wegen Watch Out. Den töten wir. Und das kann Rodrik tun. Hey. Du denkst, es hat bereits angefangen? Ich hoffe so. Es gibt mehr und mehr von ihnen hier. Drei. Es ist riskierend. Dali schiebt, was er tut. Die Ratten! Wir sind besser, die Backtower zu benutzen. Das ist, was er sagt. Chancen sind. Es ist lockt. Sie gehen. Zack, lass一下 ihn verlegen. Outrinken. Lukas! Fertig dich. Meli! Hab Angst. In den Momenten, wir haben eine Arbeit gemacht. All right. Ich geh zum Abort. Saat dich. Oh, scheiße. Ich werde ich gesehen. Hey, ich werde. Stop! Let's nicht. Na, hoffen wir es. Okay, Rodrik, schnell! Cool. Rodrik hat es drauf. Er wird nie wieder aufstehen. Ja, schön, das ist mein Junge. Gut gemacht. Okay, ich hoffe, sie schaffen es. Hm, aber was haben wir hier für einen Job? Ah, das würde ich auch gerne wissen. Aus der Wache halten. Und uns den Weg versperren. Ja, sehe ich nicht. Ich glaube, wir rechnen damit. Okay. Ne, es sieht immer noch gleich aus hier. Immer noch gleich scheisse. Hat sich nicht verändert. Auch die ganzen Leichen. Haben sie auch nach einem Monat immer noch nicht weggeräumt. Ja, sie sind ganz tolle Typen. Richtig toll. Ja, was? Türen wir dran, bitte. Roter Dunst, zieh die Horten an. Ach, okay. Auch unter der Erde funktioniert das. Roter Dunst, die Horten an. Okay. Verstehe. Interessant. Oh, äh. Das ist nicht gerade gut. Okay, Ratten befehligen. Ja, das ist cool. Das ist in der Tat cool. Und der Vitalis hat das, glaube ich, auch gemacht hier in der Stadt. Hm. Oder? Ne, ich glaube, die Ratten waren vorher schon da. Stimmt. Und ich schätze, es ist höchstens drei Tage her, seitdem er das erreicht hat. So, sollen wir uns beeilen? Okay, so weit, so gut. Wo denn? Er ist einfach verrückt geworden. Das ist los. Hm. Okay, sind die Ratten? Oder stimmt, der kann das ausschalten. Warte mal. Oh, toll. Das da ist im Weg. Okay, der muss zuerst weg. Der muss zuerst weg. Du siehst uns nicht. Nö, nö. Ah, nö. Ist zu riskant. Den anderen können wir nicht erreichen. Doch, können wir. Da hinten ist noch einer. Nein, du hast niemanden gefunden. Shit, was soll ich tun? Äh. Das da. Nein, nicht mehr. Verpiss dich hier. Das machst du nicht. Halt's Maul. Und stirb. Okay, das war knapp. Zum Glück hatten wir das da. Zum Glück hatten wir das da. Aber wir können nicht ausweichen. Das ist unmöglich. Einmal in dieser Animation, dann ist alles vorbei. Dann können wir nichts tun. Ah, die sind immer noch da am Fressen. Boah, sie hat mich gerade erschreckt. Mann, lass doch den Scheiß. Ich dachte gerade echt, da kommt einer. Wo ist denn der Junge? Der ist jetzt ganz alleine. Mach ihn platt. Nice. Ja, Genickbruch ist nicht zu empfehlen. Oh, hey, was machst du denn hier? Shit, schnell weg hier. Schnell weg. Schnell in Deckung. Okay, toll. Da steht noch so einer rum. Ernsthaft. Okay, da brauchen wir Ratten. Shit, der kommt näher. Schnell weg hier. Schnell beweg dich. Ah, fuck. Shit, okay, wir sind weg. Verdammt. Hier sind keine Ratten. Keine Ratten hier. Äh, das haben wir schnell weg. So, und da sind sie. Kommt schön ran. Und dann fress diesen Panner. Und dann fress diesen Panner da. Und was, der hat eine Fakke leeren. So, shit. Huh, okay, das war knapp. Holy shit, das war knapp. Ja, wie kommen wir jetzt hier weg? Äh, da können wir nicht rüber klettern. Lass uns in Ruhe, bitte. Okay, schön. Äh, okay. Was hätten wir? Nicht so nah ran. Geh da weg. Das ist gefährlich, ja. Okay, das ist noch Loot. Aber können wir jetzt nicht mitnehmen oder können wir doch? Geh mal schön weg. Hm. Können wir das überhaupt looten? Ah, nee. Hätten wir vorher tun sollen. Okay, lassen wir es. So, und dafür müsste ich loslassen. Und das ist keine gute Idee. Geh du weg. So, okay, lassen wir. Der Lothar ist verloren. Okay, wir müssen darauf achten. Das sind die Nester hier. Ah, das war ganz schön knapp. Das war ganz schön knapp. Zum Glück hatte er so eine schwere Rüstung. Und konnte uns nicht hinterher. Da hatten wir Glück. Okay, da war noch eins. Ah, okay. Jetzt weiß ich, worauf ich achten muss. Und ich glaube, das waren alle hier. Okay. Und was auch immer der da macht. Hm. Okay, dann geht's weiter. Aber da oben ist noch eins. Und da ist noch Loot. Das habe ich übersehen. Nein! Das darf nicht sein. So. Okay. Und was hast du hier oben? Okay, schön. Oh, und die haben kein Loot. Schade. Da oben war auch noch eins. Okay, alles klar. Okay, gehen wir weiter. So. Okay, äh. Hat der einen Helm? Klar, aber der hat keinen Helm, oder? Hat der einen Helm? Ah, das sieht wie das so aus, als hätte der einen Helmkorb. Aber der hat keinen Helm, okay. Schön. So, das hätten wir. Was kannst du machen? Mach platt. Los, Halt Modus. Halt Modus, geil. Gut gemacht. Nice. Oh, da brennt das. Sie wollen rauskommen. Okay, und wo? Ah, hier sind die nicht. Okay, warte, der hat keinen Helm. Das ist praktisch. So. Okay, da ist so einer. Hm. Dumm, dumm, dumm. Trommel, trommel, trommel. Nöde, ist weg. Hm. Jetzt sind alle Alamniort. Alle sind Alamniort. Okay, ist gerade ein bisschen blöd. Er kommt zu uns nicht gut. Hm. Okay, solange die uns nicht sehen. Ah, ne, lass mal. Ist gerade zu gefährlich. Ist immer noch zu gefährlich. Vor allem der Archer kann uns sehen. Ja, die sind weg. Okay, und die löschen nicht mal das Feuer da. Ja, was hat jeder für Typen. Okay, da ist schon gerade weg. Interessant. Jetzt ist er wieder da. Ja, wie kannst du uns überhaupt sehen mit diesem Schild? Was wir verarschen? Wie kannst du uns überhaupt sehen? Was hat, ach so, hat ein Guckloch. Ein Guckschlitz. So, Rodrik, bewegt dich. Jetzt sieht er uns. Kannst du ihn so platt machen? Schnell. Das war knapp. So, muss auch erst mal um die Ecke gehen, so richtig. Ah, schön, verstecken. Den erreiche ich, schön. Stirb. Geht es weg. Jetzt ist nur noch der übrig. Da müssen wir schnell hin. Mach ihn platt. Mach ihn platt, schnell. Nice. Ja, rot und der Genickbrecher, schön. Ja, was ist los? Ah, die sind da, schön. Ja, ich will erst mal looten. Wartet da. Bin gleich wieder da. Erst mal looten, looten, looten. Mit der schönen Trommel hier. Geht, da können wir nichts tun. Ja, ich habe schon gesehen. Hör auf zu schreien. Hier sind noch Wachen. Hier sind noch viele Wachen, nicht schreien. Da ist noch Loot. Da ist noch Loot, schön. Da ist noch Loot. Du, 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 du. Hör auf zu schreien, verdammt. Okay, die lernen nicht. Aber wenn jetzt hier Wachen kommen, dann seid ihr schuld. Hm. Okay, hier ist nix. Der hat kein Loot. Schade, okay, hat er doch. Oh, das können wir nicht sammeln. Schade. Ja, ist ja gut. Was ist denn los? Na toll, das schon wieder. Ah, das wird ja nicht toll. Schon wieder das. Okay, das ist doch Loot, okay, ist voll. Ah, wir sind schon wieder da durch, na toll. Ja, und das löschen die nicht. Sind ja ganz tolle Typen. Na los, Haltmodus. Würdest du bitte? Los, du schaffst das. Na, danke schön, werde ich haben. Ich werde viel Spaß haben. Okay, der hat ein... Oh, shit, das sind doch schon viele. Sekunde. Ich brauche das da. Nein, das da. Das machst du nicht. Ich brauche das. Was? So. Okay, da müssen wir weg, shit. Der hat eine schwere Rüstung. Oh, Rotri, geh doch da weg. Geh doch da weg. Na, komm du nur. Die warten schon auf dich. Bist du so blöd und läufst rein? Bist du so blöd? Du bist so blöd. Oh, der hat wieder sowas. Ernsthaft. Wirst du mich verarschen? Das war nicht mal ein richtiges Feuer. Wirst du mich verarschen? Wirst du mich verarschen? Toll. Ja, macht kaputt. Und zwar schnell. Okay, toll. Ja, das war nicht mal ein richtiges Feuer, aber trotzdem hat es die Ratten davon abgehalten. Ist echt seltsam. Ah, ist echt schön loyal. So. Okay. Wir müssen hier durch. Ah, jetzt schon zum zweiten Mal hier das zu tun. Ja, shit. Okay, können wir nicht rausmachen. Na, mach das. Während es brennt. So, ist richtig schön. Nö, nö, ganz ruhig. Das wird nicht passieren. So. Ah, das stimmt. Das bist du, Hugo. Na los, mach kaputt. Oder so, wegschieben. So, wird denn das hier blockiert? Wird denn das blockiert? Okay, what the fuck? So, dankeschön. Hier können wir nichts tun. Ah, hier auf zu husten. Es ist alles gut. Zwei Gefangene. Okay, was für Gefangene. Ah, viel Spaß. Hm. Sind das hier zwei unwichtige Gefangene? Oder nicht? Okay, alle drei haben keinen Helm. Das wird easy. Das wird easy. Das wird easy. Ah, es wird weniger easy, das was im Weg. Nein, nicht den Kopf. Dankeschön. So, ist alles gut. Ihr seid frei. Oh, danke. Danke. Gott, schüttel dich. Ja, danke. Und gute Glück. Hey, warte. Take cover, Archer. Well done, men. Keep your eyes open. No one must approach the cathedral. The cathedral. Hm. We're on the right track. Okay, na toll. Oh, die Armen. Haben mich schon gefreut, dass wir sie befreit hätten, aber nö. Oh, da habe ich jetzt auch nicht gesehen. Tja, sind sie falsch hingerannt? Falsch weggerannt? Toll. Ja, eine falsche Entscheidung und das war's. Okay, da könnten wir hindurch. Von da aus können wir die nicht erwischen, oder wie? Ist auch wieder seltsam. Oh, was soll das denn jetzt? Okay, wir haben wieder so viele Wege. Hm. Okay, hier ist kein Lot. Sekunde, können wir hier was tun? Äh, Tasche. Kapazität. Hm. Gegner, so die Sands einschläfern. Okay. Jetzt kommt mal ein Vielfaches. Naja, machen wir das da. Dann können wir mehr mitnehmen. Mehr Loot ist immer gut. Genau. Können wir mehr mitnehmen. Achso. Nee, mach das weg. Nein, warte noch. Warte noch. Nein, da sind noch Loot. Okay. Okay, wir machen das. Nicht weiter schieben, ich will noch Looten. Mann, ich will da hin, da ist noch Zeug. Mann, da habe ich mir wieder das Richtige gemacht und ich dachte, das wäre wieder so eine Karre, wo man looten kann. Nein, ich will da hin. Ich will looten. Können wir das zurückschieben? Ich will looten, da ist noch Zeug. Da hinten ist noch Zeug. Ah, danke schön. Da hinten ist noch Zeug. Ah, toll, aber wieder das Richtige gemacht. Ist ja ganz toll. Das ist echt scheiße, wie man das Richtige tut. Gerade bei sowas. Ich will da auch einmal. Und dann wird da einanderation. Dann rhythms habt ihr da willing. Was über die Zeitverläut lang,